so hallo also leute ich bin auch und herzlich willkommen zu let's play among us mit 297 und konakun 87 und nico und reggie und sind wir wieder im overlay zu sehen eigentlich ihr seid wieder im overlay zu sehen ja ja smart wir möchten mit dieser aufnahme ein zeichen gegen die gratis mentalität setzen ich möchte mich noch an alle bedanken die nette kommentare geschrieben haben und sich gefreut haben dass ich wieder dabei bin und das einzige spiel richtig spiele danke an alle meine fans so und danni wo bist du ja der fehlt leider noch aber vielleicht kommt er im lauf der zeit noch dazu wir sind jedenfalls achtmal wieder sechs leute was ja ein bisschen mehr ist und das ist ganz gut wo muss ich eigentlich hin ich muss sogar da hoch ist so komme ich da nicht hoch aber ich nicht die richtige taste gedrückt habe so ok ja genau da muss ich auch hin fünf fünf eins sieben zack perfekt das war nico der mit mir die aufgabe hier oben gemacht hat ob tschüss auch hier hoch ob sie geht wieder zurück wo muss ich jetzt oha das sind die ganzen handtücher jetzt diese fall ja das jetzt blöd aber was soll ich tun er kann ich glaube ich kann man dazu zweit fahren ich weiß es gar nicht glaube ich kann es auch mit klicken okay das ist keins hallo nimm doch den ganzen quatsch einfach mit neue antwort brauche ich nicht das ist auch nix hallo robcu das ist noch eins habe ich jetzt alle ach gott das dauert so ewig na aber wenn zwischendurch da jetzt und links kommt auch gott sei dank das ist so eine lange task so volt müssten wir noch gehen da ist nico wieder also bisher sind die alle noch nicht tot und nico und robcu waren eigentlich relativ alleine was macht reggie achte ok da ist da an der ecke hat der task wo habe ich die eigentlich in der mitte ach hier ok die kannte ich noch also die kenne ich bestimmt schon aber ich kannte sie noch nicht aktiv ja okay hier ist ein task alles gut der stand da nicht so als zur deko rum ansonsten ansonsten haben wir jetzt noch nicht so viele gesehen da muss ich burger zubereiten na nee was was anderes was ist das ach so raus mit dir ach komm schon nein ich komme nicht mehr ran ok nochmal neu ok mit ruhe geht es besser da bin ich falsch da unten muss ich hin reggie ja das ist das ding ich habe gleich mal eine task durch und wir haben noch keine leiche aber es ist halt auch eine große map es ist halt auch eine große map so jetzt muss ich hier den upload machen und jetzt geht es okay nico das bitte nicht nein es kann das kann nicht wahr sein es ist einfach schon wieder nico unfassbar es ist einfach schon wieder nico unfassbar okay count hat ihn gefunden ja ich habe die kenne und ich kann das wählen security können wir eine nähe ich war auch in der nähe wir waren beide in die unge-deck wir haben die könnt ihr mittlerweile öffnen während des gesprächs nur so weiß es noch nicht mit bekomme ich war nicht bei security nein das maximale war es sich war war ich war bis kitchen ja wenn ich mich richtig wie ich mich richtig erinnere habe ich nico und robschuh zusammen richtung cockpits gehen sehen das ist aber locker ich sag mal 50 sekunden er ja nico so war noch in gelb rum zusammen nachdem ich sie mit der plattform allein gelassen habe also nico ist der einzige den ich nicht gesehen habe sonst habe ich alle immer mal gesehen bei mir ist es konnen also ich habe konnen kein einziges mal gesehen ich habe konnte zweimal gesehen und zwar einmal ganz am ende da war ein viewing deck und dann einmal über dem engine genau da hast du gerade da den den download gemacht ich bin auch fast fertig ich bin auch fast fertig mit dem task und ich habe ehrlich gesagt keine ahnung welche das ist ich muss nur noch den den upload zu ende bringen also ich muss zum viewing deck und da halt diese idee das ding in die luft halten und dann ist beim meeting rum zeigt es noch was an ja also ich habe hatte sehen ich muss cockpit muss noch code eingabe im tagungsraum machen so ein cockpit irgendwas ok aber aber counterfeit ist da echt schwer so gar nicht gerade ja ich bin da ich habe eine frage aber man hast du nur ein safe report gemacht habe ich nicht ach so ok also ich glaube es wir haben schlausten zu skippen und ja dass ich das gewinne ich würde ja counterfeit voten also gut 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 so ok ach gott ja kitchen starten ist super kitchen starten ist super dann kann ich nämlich direkt hier jetzt den dings machen perfekt ab dafür so als müssen wir nur noch ein meeting rum und dann sind wir fertig vielleicht müssen wir für die jetzt wo wir sechs leute sind müssen wir vielleicht die tasks um einen erhöhen hat der counter gerade eine abzweigung vorgenommen man weiß es nicht so aber ich bin damit fertig wusch das war alles jetzt kann ich mich umgucken zum beispiel ob hier oben eine leiche liegt ok xia und der liegt im cockpit ich habe gesehen wie eine person namens kunden 87 ihn gekillt hat ich wollte sagen könnte er sein wenn es kann also ich kann bestätigen dass sie alles auf jeden fall ich bin da ich bin da gerade in diesen raum reingekommen und da kam robt schon wieder aus dem aus dem vent raus und da lag auch schon xia nord und er kam halt schneller ans melden weil er halt direkt in der nähe von der leiche war so schauts nämlich aus ich habe gesehen wie ein konankun 87 den xia gekillt hat während ich im vent war weil ich ingenieur bin ja ich habe ihn jetzt gewartet weil er es ist welche transkasten bisher gemacht ich habe zuletzt jetzt gemacht dass mit diesem manniker oder wie das heißt dann hatte ich irgendwann mal diese diese duschen repariert es ist counterfeit nein du bist es erst self reporten ja und dann so billig jemanden killen während ich im vent bin da war schon smarter kill also es ist genau so 100 prozent passiert wie ich es eben erzählt habe du bist aus dem vent wieder rausgekommen und hast dann hier schnell auf welten gedrückt und jetzt müssen wir hier nicht gut sie aus dem vent kommen ist richtig dass ich gemeldet habe stimmt auch aber den den toten hast du verursacht es ist counterfeit leute ihr seid beides das wieso bin ich denn verdächtig weil du so ernst bist hatte bei counter kurz das gefühl dass er hinterher laufen wollte und dann sich das ist dann anders überlegt hat da bin ich aus aus amory gerade raus das ist halt in der nähe von cockpit deswegen ist er für mich ein bisschen mehr sass aber ich habe das spiel seit ewigkeit nicht mehr gespielt und bin auf der suche nach orten wo ich hin muss jetzt einfach zu einer auf die ja ja das ist es ist richtig daran ja ich bin level 1 hier ist der böse leute nix ist der counterfeit der böse kann doch heute spielt gar nicht mit dabei gar nicht mit ich meine wer hat denn jetzt noch tasks von uns ich bin durch ich hatte die cockpit task und dann habe ich halt dann waren da xehan und der der kommt von 87 und als dann die beiden ankamen bin ich halt in den wend gegangen und für den fall ich wusste das kommt das heißt wir sind vier leute event gesteckt dann habe ich geguckt was passiert hat dann gekillt da bin ich rausgegangen hat dann die leicht report wir sind viele leute hast du noch wie viel hast du noch wie viele tasse ein task mehr der letzte task den ich gemacht habe war wie gesagt dieses money kann getötet wenn wir könnten über die tasse halt beenden und wir sind vier leute ist ja okay ich mache nicht machen der poste muss zwei leute noch killen und das wird er nicht schaffen also es glaube ich das wird ja nur schaffen wenn ich auch meine letzte tasse also geister nicht mehr geister macht also wenn ihr mich nicht direkt wieder killt bevor ich den tasse fertig mache dann wird er sowas so ob du musst ins cockpit hat er gesagt dann gehe ich schon mal hierher jetzt ist regi darunter da ist okay für den flex mal kurz gewendet ja moin ok dasselbe spiel wie gerade warum kielst du immer wenn jetzt bin ich echt gespannt also jetzt bin ich noch mal durch das war zufällig ich dachte ich bin einfach das problem hat es nicht heute gerade nach unten flüchten ich bin auch von unten gekommen und dann hat er wieder gemeldet weil mich gesehen habe ich war leider auch da natürlich doof gelaufen ist gerade erst gestorben ja gerade eben erst ja okay dann ist auch das immer vorbeigelaufen wenn ich an den kameras war so das ist der einzige anhaltspunkt den ich habe er hätte mich können können easy okay aber ich war ich ja hatte ich auch nicht mehr ja ich wusste respekt an den poster zollen ich dachte wir bleiben zusammen regi eigentlich und gehen zusammen ins cockpit wo ja er aber ja dachte ihr wollt auf tas gewinnen wieso wer da eigentlich überhaupt wer hat eigentlich den wer da eigentlich den tast nicht gemacht den letzten also ich hatte noch ein aber den habe ich dann als geist noch gemacht ich weiß nicht was dann noch ausstand ich hatte ich hatte auch alles gekauft und keiner glaubt mir ist eigentlich von dem level 1 vorgeführt zu werden ich glaube der tats von robt hat doch noch gefehlt weil vom cockpit muss dann ja noch runter das ist ja das ist ja ein gott ihr seid richtig scheiße download uploading kann man so schlechter und ich lauf halt mit robt runter so ich will ihn zu beschützen und dann kommt count entgegen killt mich robt reported natürlich ich habe alles richtig gemacht du hast ja wer jetzt an robt stelle auch da muss es rupt zu sein mama komm nächste runde ja aber ja für reiki war schwer dass hat nicht gesehen hat so sei überhaupt nicht schwer okay ich habe ich habe den selfy bot gecolt let's go ja aber mir glaubt keiner ich konnte nur raten du konntest gar nicht raten warum soll ich denn dreimal kommt auf euch falsch beschuldigen jetzt bin ich im posse ist das rausgegangen ein bisschen leiser so spiel to play okay so okay es geht in electrical los rufe ich hätte nicht gedacht dass das so schief geht ich dachte wirklich wir kriegen das hin über die tasks ach scheiße wo ist denn das ach nee jetzt muss ich das so ewig aus ja komm sabotiert dann kann ich wieder nichts machen doch kann ich gott sei dank ich weiß aber nie wieder klicken nein okay weg damit so rot und grün haben sich kurz getroffen aber was war das hier eigentlich weil das gerade auf blinkt ach das ist die kamera da wäre ich jetzt nicht zufällig irgendwas sehen ja mich sehe ich stabil okay das war spannend so aber mal kurz präsenz gezeigt so muss das die waffen sind es wieder ja genau die müssen irgendwo ane da oben müssen die hin ich mach das immer falsch nee hä muss ich beide mitnehmen ach ich muss die dann den hier so ich hoffe ich komme schnell genug runter bevor eine leiche reportet so natürlich nicht von der leiche reportet wird weil es wäre schon schade genau wieder an der gleichen stelle jetzt raus zu fliegen gut gut perfekt jetzt komm schon jetzt okay engine room wundert mich dass noch nichts jetzt reportet aber ich meine erstes schiff ist halt ich sage ich sage immer das gleiche das ist auch unfassbar okay das ist wieder so nirg das setzt sich dann wieder erst mal in drei millionen richtungen vor drecki als wieder reiki rot und grün wieder rot und grün die sich hier treffen wenn man noch nichts noch niemanden gefunden der tod ist an hier muss ich nicht hin ich gucke auch immer so ein bisschen auf den report button ob ich da was sehe aber das sehe ich auch noch nix fix lights ja langweilig counter imposter oder imposter sagen schon dings oder wirklich counter mittlerweile wissen wir ja es gibt ja auch hier diesen hä hä ist denn hier mit will da da will ich ein ob es auch schon tot einfach er hat schon zwei killen können ohne dass reportet okay gut 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 jo also ich bin mit meinen tast durch ich habe gerade den letzten gemacht und stand neben dem report button und ich dachte mir ich drück mal drauf weil lange nichts passiert ist und siehe da kommen und rupt so sind tot ja ich bin fertig ich bin eigentlich auch nur noch umgelaufen und habe geguckt ob ich etwas finde an den kameras habe ich auch nichts gefunden da waren die leichten also die frage ist vormwandler oder tatsächlich wieder counter ich habe vorher noch gesehen wie nico im viewing deck war da den upload gemacht hat und links ja und ja ich habe kommen mit den tasks in dieser map immer noch nicht klar ich habe die auch nicht so oft gespielt ich habe sehr sehr lange niemanden gesehen ich habe sehr sehr lange niemanden gesehen der einzige den ich zwischendurch mal gesehen habe war counter in den archives und das habe ich aber auch nur über die kamera gesehen ist aber auch schon locker eine minute her gewesen also ich habe halt nico gesehen unten links ich habe auch konnen gesehen davor und zwar war das beim cockpit in der nähe da bin ich kurz das cockpit genau welcher noch das hatte ja und dann ist halt weggegangen vom das war halt also 15 sekunden oder so also ich war kurz euch zu nico kam war das da hat er also noch gelebt also ich denke mal roppio ist zuerst gestorben bei denen habe ich auch glaube ich gar nicht gesehen habe ich irgendwie ganz am anfang mal zuletzt gesehen ich habe es glaube ich es war noch ganz am anfang waren counter und roppio glaube ich zusammen ist aber schon sehr lange her ich habe glaube ich und konnen die ganze runde nicht gesehen ich habe konnen einmal gesehen aber das ist ewig her ansonsten habe ich gar nichts verdächtiges gesehen ja die man ist doch einfach scheiße groß ja die ist auch riesengroß ich verlaufe mich die ganze zeit und dann noch dieser scheiß raum damit den mit den türen die ja random zu sind ja elektrik also ja elektrische scheiße ja und da dann die karte durchschleifen müssen das ist furchtbar also ich habe keinerlei idee ich auch nicht oder sie machen muss jetzt weil auf tas gewinnen ich muss noch in dem gap room habe ich noch ein tas links und eine rechts und dann noch ein task in der karte es könnte also noch eine weile dauern war ja ich weiß nicht beides tasse lange dauern scheiße also ich wie viel wie viel brauchen wir noch oder wie viel dürfen wir brauchen wir brauchen noch anderthalb bars also pass bin ist nicht also aber es dauert nur noch zwei sterben oder nicht einer 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 weil es ist ja siehst ich hätte direkt hier es gibt weil ich keine ahnung hat er in wen habt ihr noch eine dropschuss zusammengesehen vor ewigkeiten mit counter glaube ich weil das war ganz am anfang von der runde bin ich dem bis hinterher gerannt weil für mich war von einem ich glaube nicht dass es nico ist aber mehr weiß ich nicht ich glaube wir haben verkackt ja aber ich weiß nicht was ich hätte machen ich habe auch keinen plan also es wäre das wäre quasi ein randomboot gewesen ich versuche mal irgendwie zu dem counter müsste jetzt zwei kills noch hinbekommen ich meine hat das letzte mal auch gar nicht mal so schlecht gemacht aber ja so ich muss jetzt hier noch weg als zu ende machen und dann noch kurz da hoch dann sind meine tasks durch dann können wir counter verfolgen sag 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 wo ist counter gerade unterwegs da ist nico okay da war counter gerade unterwegs scheinbar jetzt darf brauchte nur noch einen kill jetzt müssen sie die leiche finden da ist unterwegs wo oder sie werden halt fertig mit den tasks oje oje die muss jetzt nur hinterher laufen dann war es das er läuft ihm nicht hinterher schwierig der darf jetzt keinem mehr begegnen weil so langsam bedürft sein kill cooldown auch runter sein okay hier ist niemand wo leute kriegt eure tasks fertig kriegt eure tasks fertig da ist zum glück auch niemand hier ist auch niemand da ist zum glück auch niemand okay nice ich hatte so ich hatte so ein gefühl dass es konnte ist aber ja 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 krass bei ein sechstel chance hintereinander schon zweimal ist wieder interessant ja die tats sind ja ich kacke auf der map und dass man irgendwo hinläuft und dann nicht durchkommt weil die plattform auf der wenn ich tot bin ist also klar das konnte feind das ist so konnen was für ein wort hast du geschrieben was zensiert wurde wirklich oder und das zwischen dem ende von wirklich und der anfang von oder das wurde zisiert also c h o d quasi okay okay i don't know ich dachte auch so we haben nämlich gechattet und ich wollte dann schreit jetzt ist man es nicht mehr scheiße ja und ich wollte dann schreiben ist es ist das counterfeit wirklich oder einen formwandler und ist wirklich oder hat es plötzlich gestärmt ja das stimmt ich finde es sehr schade dass du nicht auf der aufnahme ich schreibe chode im rob joint der hinterher gelaufen ist das keine ahnung ist alles klar vor allem das kombinieren die dann wir dann lehrzeichen dazwischen ist da durftest du auch das wort after nicht schreiben weil das hafta auf deutsch heißt also es ist wie mit kofag wie gibt es diesen pokémon wo das kann es nicht rüber porten auf diesen neuen spieler weil da das wort fähig drin ist stimmt ja ich konnte mich auch bei irgendeinem ich glaube zwar irgendwann nintendo den konnte ich mich auch nicht koninkern 88 nennt das auch irgendwas zensiert was ich weiß nicht mehr was es war jetzt war nicht die 88 es war nicht die 88 es gibt irgendwas oder was wir irgendwas anderes war das problem vielleicht ohne an wegen unanieren es könnte echt sein irgendwie sowas keine ahnung es könnte echt sein irgendwie sowas keine ahnung ich habe ich auch gestrackt das koninkern 88 sein von den internationalen gültige beleidigung ist sowas wie mundartner okay es kommt so ach verdammt aber ja jetzt ist ja die chance ein sechstel irgendwas zu werden okay wir starten hier auch das war ein glücklicher start gleich mal wieder den müll hier rausziehen ich finde das gut wie man den müll nur rausziehen muss oder landet er einfach wieder drin und es zählt so perfekt genauso genau so arbeitet man ja dann kann man gleich weitermachen dann muss ich zumindest mich jetzt nicht fürchten danke jetzt ist kommen durch das jetzt schlecht hier unten war irgendwas in der lektüre können sehe ich es noch blinken was ich zu tun habe ja perfekt zumindest deshalb ich gesehen okay das kriege ich jetzt auch hin ich muss zu kopf wird da kann ich jetzt auch schon mal lang laufen aber ansonsten muss ich dann erstmal kommen reparieren wenn es nicht schon gleich repariert wird ich glaube das ist eh im cockpit ja okay das kann man gleich alles gemeinsam kombinieren okay jetzt hat jemand repariert gut 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 dann jetzt merken falls kommen noch mal sabotiert wird main hall und zweimal meeting rum kein problem stark dass man als geist auch einfach sich sauber machen kann das ist interessant als geist sich sauber machen und da drüben dann aber das ist wieder der der mehrere sachen macht ach nee das war's wir haben alles ja stark so dann können wir jetzt wieder den imposter verfolgen hast du zufällig sehen xean ist auch mittlerweile dead oh jetzt wird es interessant okay diesmal ist die zeit aber mehr crash kurs ja der wird jetzt er gilt nicht er gilt nicht okay ich meine sie kriegen jetzt durch das ist gut weil ob sie ist auf der einen seite konnte auf der anderen so das war gut also noch keine leiche gefunden das ist nicht so gut wo liegen die denn alle rum wo ist reggie jetzt sind ist doch irgendwo hier runter sein theoretisch da jetzt geht er in die ecke da ist aber niemand also geht er wieder zurück ich habe keinen von den beiden gesehen ich habe keine ahnung ob ich gesehen habe ich habe jetzt gesehen der war im records bereich da oben also ich bin ganz am anfang mit mit konnen gespawnt in records sonst halt beim getrun wollte ich halt machen da war glaube ich beim ersten war nico beim zweiten war ich glaube ich bin mir nicht mehr sicher ich wünschte ich hätte einen anhaltspunkt für irgendwas ich habe einfach gar nichts ich kann nichts beitragen sehen ja 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 dann wollten wir auch verdächtig was kann ja unmöglich noch mal es ist ja auch nicht zu dritt mal jetzt kann ich bin außerdem wirklich nicht dann können wir ja schon mal ein miko oder reggie moment sie wissen die die den chat erleben aber sie ja auch den chat der toten ich hoffe rot grün ja ja keine ahnung rot ist ja eigentlich böse aus auf wen soll ich voten ich bin selber ja kann man ja nico nico warum sollte ich nicht voten ich hatte gerade so ein scheiß task wo man diesen müll schütteln muss also den hast du auch nicht geschafft ja natürlich ja doch habe ich eine minute lang und danach kein bock mehr ich mache das andere was habt ihr denn noch so für casts offen ich habe jetzt nur noch den uploader links da bin ich auch gerade und ich höre die ganze zeit noch diese dieses propellergeräusche die hören wirklich auf also ich habe noch ein task das ist irgendwie ein zweiter teil und oben im meeting room was haltet ihr davon entweder alle reggie voten was müssen wir jetzt sowieso jetzt jemanden voten jetzt jein naja ja ich glaube halt mit das ist äh eng langsam ich fehle reggie aus gründen die ich nicht äh preisgebe ich habe überhaupt keine ahnung ich habe reggie gevotet also ich erinnere mich doch richtig dass uns ein reggie gekillt hat die frage ist halt es ist ein jetzt alle irgendwie vormandler gewesen so das könnte halt noch sein ja also ich war so schnell am anfang ich glaube nicht dass da sofort der vormandler funktioniert ich weiß es nicht ist gleich durch ja keine ahnung achso das ist das ding geil nice won leute wie gut okay starker vote leute starker vote jetzt bin ich gespannt ich hätte gedacht es war reggie der mich gekillt hat ich darf nicht ich mache die besten kills weißt du und da weg sowas ich bin soo gut ich dachte ich kann das mal gewinnen ne ropio sagt aber ich will es reggie hey reggie ich würde dir gerne sagen warum ich gewohntet habe aber ich möchte nicht sagen warum du für mich verdächtig warst weil das muss ich das muss sich so lange auskosten solange du das selber nicht merkst so geil leute ihr könnt ihr doch einfach mal spielen geiles spiel leute geiles spiel okay nächstes mal kill ich zuerst ropio wer das geil fangt daumen hoch ja ey ich mach dir liken, abonnieren und subscribe ich kill konne richtig schön aufm klo so dass sie keiner sieht ich äh Xeon richtig schön in electrical dass sie keiner sieht ach Reggie ach ich find's schön dass man als geist sich auch duschen muss du hast dich so geil verraten das kann ich aber nicht sagen weil das ist ein alles was ich gesagt habe war die wahrheit ich hab auch nicht gesagt dass ich niemand gekillt habe ich hab wirklich nur die wahrheit gesagt was wirklich nur die wahrheit gesagt genau das ist nämlich nicht der Fall doch glaub mir nein ich wüsste nicht was ich gelogen haben sollte das können ja die zuschauer unter dem video ermitteln das ist das wüsste spiel was der Kiff Robchoo rausgefunden hat danke wer hat ihn noch gebotet Robchoo könnte uns halt auch einfach trollen ja natürlich möglich ist alles ich bin doch gar nicht gewendet oder so ein bisschen sus aber ich weiß auch nicht warum es ist so geil dieses spiel aber gut ich mach okay es gibt einfach Dinge denen nennt man Karma dafür dass du mich nämlich am anfang gebotet hast jetzt sind wir kürt jetzt kann ich ja nochmal spielen achso achso ja aber wer geht dann doch mit mit Robchoo wer ist denn so dumm also in dem Fall hat es gepasst aber das war doch klar das du der okay danke an alle die wir supporten ja danke also Robchoo hat schon eine ziemlich gute Rate jetzt was richtige Predictions und so betrifft ja das stimmt schauen wir mal wie es weiter geht ich hab nur die Wahrheit gesagt ja ist klar es ist echt so es ist nichts als die Wahrheit ja 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 muss ich mir nachher nochmal anhören was Regi alles erzählt hat außer die eine Tat sie hatte ich echt nicht ach nicht schön wieder okay oh guter Start wir haben Dinge zu tun wie zum Beispiel einen wunderschönen Download anzuklicken aber ich glaub dann ist es naja wobei ja es ist es wirkt noch ausgeglichen was was Tasks und Dings angeht Entschuldigung oh mein Gott jetzt hab ich aber gleich einen richtigen Schluck auf ähm was Tasks und Dings angeht es wirkt noch ausgeglichen oh nice Punktlandung ab dafür so dann müssen wir jetzt zu Electrical rüber äh dann in die Main Hall wieder duschen ach ob wait oh neee wie muss ich denn jetzt da laufen oh neee ganz unten rum fix lights ne uninteressant seh genug das führt mich zum Meeting okay das ist gut das ist eh auf unserem Weg nach oben zurück jetzt gehen wir jetzt mal duschen hallo na du so oh wir gehen gar nicht duschen wir gehen eins daneben ach das war die Fotogeschichte na irgendwie dass man jetzt was reinlegen muss dann muss man drei Millionen Jahre warten oder so war das das ah ja das war das war die scheiße xehan liegt ja tot wo die stottern ähm viewing deck der letzte dem entgegen kam war Reggie aber ob er ihn gekillt hat weiß ich nicht das habe ich nämlich nicht gesehen ich habe nur gesehen dass er aus der Richtung kam also count habe ich gerade in electrical getroffen aber ansonsten kann ich auch nicht vorher war halt eine kurze Zeit halt Licht aus und während Licht aus war kam einmal Counterfight entgegen und zwar da unten rechts unter Security wo der dem Handy über den Upload machst die Task habe ich dann gemacht dann war das Licht wieder an und dann bin ich halt links rüber gelaufen dann kam Reggie entgegen und kurz danach bei Viewing Deck lag dann Xehanort tot ob es jetzt Reggie war keine Ahnung Chef Shifter ist eher eine Möglichkeit wie der Konrad sagen würde dementsprechend mein 20% Guest wäre jetzt Reggie ja das ist auch nicht schwer aber 20% aber safe ist das nicht diesmal nicht also ja ich kam aus der Richtung ich kam halt an Armory Viewing Deck hatte ich halt nichts Rob ist an mir vorbeigelaufen dahinter war halt hier Counter und ja deswegen weiß ich nicht es könnte ein Self Report sein es könnte schon länger liegen vielleicht war es auch Counter ich habe keine Ahnung ich habe auch keine Ahnung das war eine Tars der Seite wurde wahrscheinlich genau gekillt als er die Tars da machen wollte ich habe leider auch keine Ahnung ich habe gerade Fotos in dieses Becken gelegt und warte jetzt drauf dass die Fotos fertig werden ich habe leider auch keine Ahnung das ist ein gutes Spiel es gibt noch immer ja ich hätte gerne Ahnung aber nicht vorhanden zumindest nicht heute nicht gerade ja morgen wieder morgen hast du wieder Ahnung ja vielleicht nachher ja man hat nur noch Ahnung im Fortnite frech muss ja 20% Reggie ja naja so jutt und ab dafür äh wo muss ich denn jetzt starten dass ich möglichst schnell ja wobei können wir erstmal das machen ist in Ordnung warum nicht warum nicht so aber woher weiß ich jetzt wann diese scheiß Fotos fertig sind wird mir das gesagt oder muss ich warten oder was ist da los ja man okay sie sind fertig ich gehe mal von der Seite lang ran weil ich eh in der Lounge was machen muss jetzt ist Reggie da unten okay wenn Reggie da drüben ist dann kann ich auch rüber fahren mach da den Dings 6 0 4 2 3 zack hä 6 0 2 4 3 geht doch okay also Reggie hat mitgeholfen beim Dings machen das muss ich auf jeden Fall mir merken das muss ich mir unbedingt merken so jetzt kann ich wieder rüber fahren dann können wir da oben im Meeting rum den Quatsch machen und dann im Volt oder gehen wir erst in Volt? ne wir gehen erst in Volt wir gehen erst in Volt wobei nein wir gehen in Volt und dann im Meeting rum und dann könnten wir theoretisch den Dings machen den hier weißt du schon äh den 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 Call zur Sicherheit um nämlich Reggie zu entlasten zumindest um unsere nicht zu entlasten aber zumindest um unsere um unsere Dings mitzuteilen so ich mach das jetzt okay so ich war grad fertig mit meinen Calls und ich dachte wir gucken mal ob schon jemand Neues gestorben ist äh mit meinen Calls du brauchst mich genau während meiner letzten Task gerade das tut mir leid ja ich auch und ich möchte ich möchte Reggie äh sichern weil der hat mitgeholfen den Alarm zu stoppen das kann er natürlich auch als Imposter machen theoretisch aber ich möchte diese Reggie ich möchte nur wissen warum du ungefähr drei Sekunden vor dem Vent standest weil ich ja die Tasks hatte mit dem mit dem Ventilieren ah ok alles klar ja die Beobachtung wollte ich nur kurz mitteilen sollte später meine Regie verdächtig sein er er hat eigentlich mitgeholfen dass wir weiterspielen konnten ich hab geskippt ja übrigens Veggie ist jetzt bei mir 40% wir sind noch fünf Leute die Tasks sind fast fertig das sollte über die Tasks laufen ja ach so sollte über die Tasks laufen dann mach ich meine nicht mehr ja wenn ihr weitermacht sollte das über die Tasks laufen so also ich bin jetzt fast fertig Counterfight ist ja noch da Counterfight sagt nichts mehr irgendwie ja ich bin da alles klar okay bye ja dann können wir uns jetzt ein bisschen umschauen wer ist am ehesten saß ich Nico habe ich bisher wenig Tasks machen sehen oh oh ja ok das schlecht das ist bad wo will er denn hinlaufen hat der noch cooldown? ne also ich ne kann er nicht haben er müsste eigentlich problemlos töten können vielleicht will er auch einfach zusammenbleiben weil er seine Tasks halt durch hat ich weiß es nicht hier ist niemand hier ist niemand noise reggie war's oha es war doch Reggie hä? ja natürlich ja schade hab ich ja ich dachte loll gut dass wir's über die Tasks gelöst haben und ich den falschen dann gesaved hab naja Reggie du hast so überzeugend gespielt dass ich selbst nachdem du mich gekillt hast dachte das muss ein Shapeshifter gewesen sein weil du so kraft an den Tasks gemacht hast ich hatte so okay also Reggie du hast mich ja quasi geklärt deswegen warum soll ich also ich hab nach Reggie geklärt ja ja klar ja ok nachdem ich gestorben bin hab ich Reggie original die ganze Zeit verfolgt und er wirkte wirklich innocent vor dem Herrn also der hat sich nichts zu schuld bekommen ich hab den Wind geklärt da wusste ich ja ist es aber ich bin ja nett Rob du bist echt seltser weißt du das ich hab's was soll ich denn sagen erst mal kommst du aus der richtung der Laxia noch tot da warst du schon bei mir bei 80% ich hab natürlich gesagt 20 aber ist natürlich gelogen ja ist ja klar ja das ist klar aber das mit dem Wind so das nur Poster würde niemals sagen dass ein Wind klärt deswegen denke ich mir ich stehe jetzt mal beim Wind rum ja genau deswegen hab ich dich deswegen hast du es für mich ja genau was würdest du mir denken ich kenn dich doch aber ey Tasken ist doch nichts aber da bin ich ja froh dass mein Hinweis da nicht noch zum Nachteil geworden ist das hätte mich nachträglich geärgert ich bin der beste Among Us Spieler der Welt Apropos wie viele Minuten haben wir schon auf der Aufnahme 44 eine Runde geht noch eine Runde geht noch der Nico Imposter wird Daumen hoch ja ganz schön langweilig immer und die Dürke nicht vergessen um nicht mehr zu verpassen Spendet Colin Geld keine Gratis Mentalität Gibt mir Geld ach wieder nix okay starten wir hier ach die blöden Dinger da unten oh ne komm machen wir das gleich dann ist es weg machen wir den Dreck gleich dann ist er weg wo ist denn das jetzt alles hier ach ich muss mit der wie war das man muss mit der muss man mit der 1 anfangen oder wie also muss das der Reihe nach sein ich weiß doch gar nicht wo die 1 ist hä ich drücke die mal alle okay ich muss wirklich mit der 1 und dann die 2 ach oh Gott das ist so nervig ne wo ist jetzt die 4 das ist die 5 haben wir die 4 schon mal gesehen das ist die 7 haben wir die 4 schon mal gesehen das ist die 6 haben wir die 4 schon mal gesehen da ist die 4 das ist da oben wieder die 5 äh hier nämlich hallo dann ist unten die 6 Alter das ist der nervigste Task ever und dann ist da die 7 bitte kein tot jetzt Gott sei Dank so und dann haben wir gleich noch einen hier das ist natürlich jetzt ganz praktisch und das führt dann wieder in den Meeting rum okay so jetzt kann man erstmal duschen gehen das ist die okay wir gehen nicht duschen die gerade wurde 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 Nico noch angekündigt als Imposter interessant Daumen hoch dafür Daumen hoch wenn Nico Imposter ist so so macht man das funktioniert oh und Greg ist auch schon tot chillig oh 2 sogar also ich habe Reggie gefunden der lag links vom Gap Room also in diesem also exakt zwischen Engine Room dem Raum der Robine und dem Gap Room Hä wieso geht denn das jetzt nicht? okay ah jetzt ich habe niemanden da gesehen also ich bin gerade von rechts über den Gap Room rüber gekommen und bin halt von rechts gekommen und mir war auch keiner entgegen gekommen oder ich war allgemein vorher nicht in dem Teil der Map also ich habe da niemanden gesehen wo ist der Gap Room ich war da ganz am Anfang mal in walls und diesen Kristall putzen der Gap Room ist der mit der Plattform das ist der mit der Plattform der Raum genau also ich bin den kompletten Weg von rechts unten rum nach links zum Armory gegangen in meinem unten rum unten rum genau unten rum frisch ja und jetzt bin ich bei den Waffen ich habe da jetzt eben so eine Waffe aufgehoben die konnte ich aber nicht weghängen warum konnte ich das nicht? keine Ahnung schade ich war jetzt zuletzt auch am Viewing Deck ich muss noch zum Viewing Deck ich habe irgendwie noch drei Tasks einer davon ist dreimal Wires also ich brauche noch ewig ich wusste leider ich habe Pech gehabt ich hatte erst das mit den Ordnern dann einmal Handtücher aufgerufen dann einmal Handtücher abgeben und das hat irgendwie schon ewig gedauert und da habe ich einmal kurz Verstecken gespielt mit Nico weil ich dachte der würde mich werden das Problem mit dir Xehan ist du kannst das zu gut die anderen zwei sind an mir vorbeigerannt ohne dass sie mir was getan haben aber du kannst nicht zu gut rausreden jetzt werde ich automatisch verdächtig weil ich zu gut spiele oder was? ja lächerlich ich bin sauer das kenne ich irgendwoher ich habe niemanden gesehen der Sass war lächerlich aber die Map ist doch einfach zu groß ja so wie deine Mom ich riskiere jetzt mal was sehr lustig boah Counterfall riskiert was geil aber wir haben halt auch noch kaum Tasks fertig ne ja schon das heißt wenn wir jetzt nicht voten dann ist irgendwie dumm weil G hat gerade den Raum verlassen ja Nico will natürlich dass jemand rausgefliegt der rausgevotet wird er ist wieder online er ist wieder in the call ich habe nur kurz Discord geupdatet ich habe keine Ahnung wen ich voten soll ich auch nicht du hast aber schon gevotet ich habe geskippt achso also vielleicht vielleicht lüge auch ich flunkte ein wenig aber das ist ein geiles Spiel muss ich sagen ich bin wieder Fan er war auch geskippt alles klar Counter oh nein Counter stirbt nicht durch meine Hand achja so wo muss ich denn hin ach siehste scheiße war nicht so ganz richtig aber ist okay als Geist ist man ja schnell überall zum Glück ja die Dings sind ein bisschen noch nachträglich aber ich brauchte halt auch drei Jahre um da unten erstmal dieses scheiß Elektrodinger zu machen soo jetzt geht das hier aber voran mit den Tasks soo gehen wir gleich ein Meeting rum diesmal ist es ja leicht als Geist zack und dann sind wir fertig gut ich hab alles oh Regis Engel ja let's go schützt jemanden da muss ich ja wenn ich den Imposter finde Xehan konnte nicht beschützt werden ok ok jetzt wird Xehan gefunden xehan und was doch nicht den hab ich grad gefunden da wo man jetzt müssen sie sich entscheiden jetzt wird's böse jetzt wird's böse wo ist denn das? da im Süden Viewing Deck Viewing Deck meint er ja ja also ich kann dir so zu Robchoo rechnet einfach niemand ich glaub mit Niko rechnet niemand mit mir weiter im Norden beim Cockpit und ja das ist jetzt aber auch also ich hab aber wo war Robchoo denn? den hab ich nicht gesehen deswegen das wär für mich derjenige der da gekillt hat ich habe als letztes meinen hier unten rechts unter Security den Upload mit dem Handy gemacht und davor davor bin ich wenn Countails für Robchoo gerodet hat hat Niko gewonnen außer Robchoo ist als äh shapeshifter zu mir gegangen du hast Xehan getötet ich hab Xehan nicht getötet er kann ja shapeshifter das weiß ich ja nicht du bist der einzige den ich jetzt eben nicht gesehen hab und in der Zeit hast du Xehan getötet also ich habe Xehan nicht getötet ich war südlich von Security und bin dann nach links gelaufen weil ich da erst ein Ausrufzeichen hatte nachdem ich den Upload unten rechts unten rechts bei Security gemacht hatte dann war da kein Ausrufzeichen mehr denn ich hab trotzdem hingelaufen und dann hab ich halt irgendjemanden vorbeihuschen sehen ganz links und dann hab ich halt die Leiche gesehen und dann wurde auch schon reported die hab ich aber nur ganz links liegen sehen also aus meiner Sicht ist natürlich durchaus möglich dass der Counterfeit hier ein Selfreport gemacht hat aber auch das kann ich nicht in Sicherheit du warst bei der Leiche auch noch dich hab ich da ganz gesehen also ich finde dir jetzt auch dich irgendwie ein bisschen mehr als Sass Rob2 vor allem weil warum würde Counter denn Selfreporten wenn er nur noch einen bilden muss das weiß ich nicht ich bin nicht der böse Nico aber gut dass du sagst dass du da gelaufen bist ich wusste mich nicht mehr wen ich da jetzt da gesehen hab das was du der da bergstern oder ich war mir von rechts ich bin ja nach links durch gelaufen habe ich da die liegende Leiche gesehen und kurz vier Sekunden danach wurde reported aber ich hab kein gesehen es ist halt jemand stand links so aber da jetzt Counterfeit schon mich gewartet hat und ich es nicht bin ja und jetzt beide gegen mich sind jetzt kann ich ja nur GG sagen ja ich bin es leider nicht Leute ja aber ich kann doch leider ehrlich gesagt nicht sagen wer es ist wer ist denn der Impostor von euch beiden du bist für mich der Impostor der Herzen wenn du es nicht bist wer ist denn von euch der Impostor jetzt ist ja eh gebotet worden wer ist denn von euch der Impostor ich bin es nicht ich auch nicht die Runde ist doch eh jetzt vor wir dich beide geboten sagt das doch jetzt schon einfach ich bin es immer noch nicht ich kann ja gerne sagen dass ich es bin aber es wäre gelogen ja 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 ich wollte es noch nicht sagen weil ich nicht wusste was ist wenn Counter dann doch nicht Roche gebotet hat aus irgendeinem Grund aber ja er war trotzdem GG ja wie wurde es vorhin gesagt wenn Nico Impostor ist Daumen hoch ja ich habe diese ganze Session nur richtige Calls gemacht ja du hast das ist richtig ich habe nur richtig gecallt und hab so zweimal gevotet ich bin übrigens glaube ich der einzige gewesen der den Taskwind verhindert hat ich habe aber auch richtig beschissene Tasks gehabt der erste Task war furchtbar diese Türen unten in Electrical oh mein Gott warum ich für Counterfeit verdächtig war kann ich nicht verstehen es gibt einige beschissene Tasks auf der Map aber warum nicht ich hatte noch zwei übrig am Ende also das muss man sich nicht verstehen ich kann nicht vorstellen ich kann das nicht verstehen kann wir mal die Map wechseln genau ich wollte sagen jetzt beendet mal den Part dann kann man auch die Map wechseln danke an alle ich bin der beste Among Us Spieler wenn die Hälfte nicht auf mich hört kann ich auch nichts machen danke fürs Zuschauen okay ja danke fürs Zuschauen Daumen hoch für Nico Darum hoch für Nico nicht vergessen Richtig Bums an Dami Bis dann tschoo tschüss Bis zum nächsten Mal.